Servus liebe Clubfans, hier ist wieder euer Michel und ich habe einen kleinen Programmhinweis für euch. Denn am Sonntag gastiert ja unser 1. FC Nürnberg auswärts bei der TSG Hoffenheim. Und auch wenn es im Moment nicht so gut läuft für unseren Club, möchten wir natürlich wieder mit euch darüber reden in einem weiteren CEF-Fantalk. Um 18 Uhr gibt es da wieder einen Livestream auf Facebook, aber dieses Mal nicht nur auf Facebook, sondern auch hier bei BeClubTV. Das haben sich ja viele von euch gewünscht und als kleines Schmankerl haben wir noch einen richtig geilen Gast und zwar die Clublegende Dieter Eckstein. Das wird auf jeden Fall hochinteressant werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet mit Andi, mit mir und Dieter Eckstein zusammen über das Spiel zu sprechen. Um 18 Uhr geht es los, alle weiteren Details findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns dann am Sonntag. Auf geht's Club, bis dann, macht's gut, euer Michael sagt, ciao, ciao.